Zwei, eins, los Ja, halt... Mach du, mach du, sag mach du, komm Ne, ich will nicht mehr Blaze macht, eindeutig Äh, ne, ich muss jetzt erstmal hier joinen Muss ich da joinen wieder machen? Ne, nix, gar nix So, wie geht's jetzt weiter? Ja Und, ja, ich werd euch jetzt erstmal sagen, was ich persönlich machen würde Ja Und zwar haben wir den goldenen Apfel Der müsste irgendwo in der Kiste sein Ja Und der ist ja saustark Ähm, allerdings kann hier natürlich nur einer essen Deswegen würd ich sagen, dass einer sich eben Wirklich krass aufrüstet, wir haben doch 15 Diamanten Also die ganze Rüstung da machen Schatten ist 3 Schwert Ähm, und ja, ich würd sagen Ähm, ne Protection Zwei Rüstung aus den Diamanten zu machen Ist ziemlich riskant, weil das Nicht so ganz hinhaut meistens Ähm, auf die Äh, Eisenrüstung Also Kopf Also Helm und Schuhe können wir Collection 2 machen Und Schwert Haben wir noch ein scharpenes 3 Schwert oder? Ne, ich hab ein scharpenes 2 Ich hab auch ein scharpenes 2 Ich hab auch ein scharpenes 2 Müssen wir gucken Und dann versuchen wir die irgendwie runter zu locken Am besten alle da auf einmal Und der, der sich dann halt den goldenen Apfel rein Frisst Der tankt Und die krassen Sachen hat Der, äh, schlägt den alle Und wenn's nicht klappt, dann haben die halt Wenig Leben und die anderen können auch noch drauf gehen Oder so Gut, ich würd Noch zusätzlich irgendwo in den Eingang ein paar Pistens als Falle reinbauen Mit Sand von oben oder sowas Sand? Sand, der fällt runter, kennste Ja schon, aber Keine Ahnung, dann kriegt man den weg Ja, da muss aber schnell genug erstmal drauf kommen Und dann ist der einer von uns da und haut den Oh Würde ich auch noch Und ich würd da gleich nicht nur einen Sand runterfallen Lassen wir gleich so 10 mindestens übereinander Dann ist der auch eine Weile am Graben bis runter Ja, nur so Also Wer soll der sein, der sich aufrüstet Ich bin's nicht Lace Lace? Meinst du? Ja, also ich würd's gern machen Wenn wir nichts dagegen hab Wieso, wer mit dem Bogen das letzte Mal? Das war so hässlich Hat jemand einen Setzling? Ne Ne Brauch ich noch gefällt Ja, ja Ist nichts mehr rausgekommen Kein einziger Setzling Man kommt nicht an die Kiste rein, wenn ihr da so steht Habt ihr noch Protection 2 Rüstung? Also hier sind noch 4 Eichensetzlinge Ja, pflanz' mal einen Habt ihr Protection 2 Rüstung? Also Schuhe und Felm? Ne Ich hab nur ne Brust mit Protection 2 Ok Ich hab Protection 1 nur Ich hab mir nicht mal seine Hose an, wie du siehst Hm Weiß gar nicht Spawner weg, was? Keine Ahnung Ich hab aber 18 Level geil Ne, ich hab 14 Level 18, krass Ich verzauber jetzt meine Hose Protection 1 immerhin Also die Deer Rüstung würde ich auf Level 1 entschwanken Also die Deer Rüstung würde ich auf Level 1 entschwanken Kann ich Ja 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 Das war ich Achso Pixel Genau Du warst es genau Na, falls irgendwelche Regner kommen Dann müssen sie erstmal vorbei Ja Schon gefährlich So, ich bräuch jetzt 2x Level 1 Oder kannst du kurz Fadamon? Ne, ich mach grad was Was denn? Oh nein Oh du hast es Nein Ich kann sie direkt holen Die Rüstung auf Level 1 entschwanken Kann ich, Gepli Weil Ich weiß nicht Level Level 8 Könnt man dann zwar Protection 2 bekommen Aber das ist ja eine 20%ige Chance Und das ist einfach zu wenig Finde ich Weil wenn man dann gar nichts Mit Protection hat Dann ist das ziemlich verkackt Oder muss jetzt aber Protection drauf kommen Sonst wird das irgendwie zu fail Protection Auf der Hose hab ich Protection Protection? Ehm Naja Poor Key Protection Auf Brust Was machst du denn da? Unlücklich Hier, kannst du wieder haben Egal, kann man nichts machen Ähm Kann man auch nicht Was habt ihr für Schwerter? Schabtus 2, ne? Ich hab Schabtus 2, ja Ich hab Schabtus 2, ja Warum fließt denn hier Lava? Warum ich hier so viel Lava nehme? War das schon immer hier so? Jo Ok Und dann Bogen Oh Blitz Gewitter Ich hab Angst Bogen hab ich jetzt nicht Na komm Spawner Spuck was aus Wir sind so produktiv irgendwie Findste? Ähm Haben wir eigentlich noch Strings oder so? Ich glaube ja, oder? Ich würde mir auch gerne mal einen Bogen machen Ja Augenbar Oh Geht's Geht's schon wieder los? Ja Naja Ach man Bogen Ich mach dir auch einen Bogen da? Ja, ich würde den dann noch gerne verzaubern Haben wir überhaupt Pfeile? Hier Wir haben noch zwei Federn Also ich hab noch drei Pfeile Hier Bogen Ähm Dann, ah doch Flint haben wir auch Dann mach ich mal die Pfeile noch Hier hinten sind auch noch 14 Flint Mhm Ja, aber Federn ist eher das Problem dabei So Richtig geil bin natürlich ein Infinity Bogen Aber naja, den muss man erstmal bekommen Ja, wollt grad sagen Äh, auf dem Bogen reicht der Level 1 Verzauberung, ne? Haben wir irgendwo Gravel in der Kiste? Ähm, ja Warum? Ja Hatten wir nicht irgendwo einen Hombos oder so? Weil ich, wenn ich keinen Sand habe, nehm ich Gravel Jo, ich, warte ich mal kurz Ja, aber Ich weiß nicht, ob das allzu viel Schaden macht Ich mach mal einen Selbstversuch Mach mal! Wenn die Rüste ein bisschen kaputt geht Und, wie viel Schaden machst? Ja, das geht schon Oh Du hast den Baum abgerissen Also macht zwar nicht viel, aber Keine Ahnung, zwei, drei Herzen? Immerhin, ne? Jaja Vielleicht werden sie auch dadurch getrennt, wenn die hinter uns herlaufen hier Das ist ja auch schon mal so schlecht Ich muss jetzt mal hinter die Pistons kommen Wo sind die denn? Wo ist denn eigentlich unser armen Boss? Der müsste... uns vorne sein vielleicht Ach da Achso, oder hier? Ne, wo? In der Kiste war er Achso Da sind die Pistons Ich muss nur mal nach oben gucken Nicht, dass die kommen Soll ich mir einen Bogen mit Power 2 machen? Bringt's das? Ja Bringt's ja Also finde ich schon Warte, wir kriegen einen Power 3 Bogen draus? Hatten wir letztes Mal Ich glaube die haben mittlerweile einen Power 5 Bogen, ne? Haben sie gesagt Was? Doch, die haben es verbunden Oder? Ich weiß es nicht Wäre so komische Einstellungen da Ich geh nochmal kurz ein bisschen Farben Ich überleg grad wie ich die bepowern muss hier die Dinger Moody hab ich wohl Ob das so einfach geht Könnt ja ein bisschen Steine brennen einer von euch Wenn ihr grad da unten seid Ich bin gerade beim Spawner Wisst ihr was das Problem am Golden Apfel ist? Was denn? Und zwar Wenn man den Intus hat Dann hat man ja so ne starke Regeneration Dass man quasi, ja, Herzen verliert Und die dann direkt wieder dazu kommt Und das Dumme dabei ist Dass sobald Du wieder mehr Herzen hast Als vor dem Schlag Kann dich dein Gegner Wiederschlagen Und deswegen Kann der dich statt einmal Oder zweimal pro Sekunde Vier bis sechsmal pro Sekunde schlagen Okay Was ziemlich Dummes aber Ja ich wollt grad sagen Das klingt sehr strange Jo Hat er eigentlich von euch noch irgendwer einen Bogen den er nicht braucht? Aber wir können uns glaube ich noch einen herstellen, ne? Ja, ich hab auch noch einen Bogen und Erstmal brauch ich ihn nicht, weil Ja, keine Ahnung Wir werden Also wenn, dann schaffen wir das Per Falle Oder per Golden Apfel Oder per Ja, lieber einen Bogen haben, ne? Der ein bisschen Schaden macht Ja, das stimmt Oben Gegner, schiften Schiften Schiften, was? Oh shit Wo sind die, wo denn? Äh, in Richtung Süden von uns aus Süden, ich hab überhaupt keine Mini und nichts Wo sind Süden? Äh, Richtung Null Ich weiß noch nicht F3 F3 drücken, genau Richtung Null Dann muss ich fest, äh Wenn F0 ist, ja? Achta, in die Richtung Also hinten bei euch Scheiß, wenn die jetzt meine Falle sehen Ist natürlich alles umsonst Oh man, hab ich noch Licht? Nö Ja, wir machen Ist immer noch da, der Gegner? Wirst aber nicht mich gesehen, oder? Um Spawner Oben, ne ne, wir waren oben So waren es noch drei, vier Leute Also vier Drei, zwei, drei Kann ich irgendwie, äh, diesen Grafik da unten auskriegen? Also mit F3, ich hab rechts noch so einen Ja, nur F3 drücken statt Shift Ja, super Statt Shift nur F3 Okay Habe ich meine Wolle platziert? Das kann ich dir nicht sagen Ich hab sie kurz Weiß ich gar nicht Sind noch jemand die Gegner, oder sieht die keiner mehr? Äh, ne, ich seh sie nicht mehr Ich muss nämlich was bauen hier noch, zwischendurch Aber wollen wir mal versuchen, die hier rein zu loggen? Loggen? Moment, ist doch nicht fertig hier mein Ding Ne, ich, ich würd sagen, das als, ähm Wer ist da von euch? Ich? Also ich sneak hier grad Ich versuch' ich auch Ähm, ich würd das hier eher so als, äh Wie nennt man's? Haben wir noch Kohle? Plan B Ich hab noch Kohle Drei Stück Ne, hier ist noch Kohle drinnen zu, okay Ich würd das eher als Plan B ansehen Was denn, mein Falle? Und zwar Und zwar, kommt er mit Äh, kannst du nochmal kurz deinen Bogen her schmeißen? Äh, kannst du nochmal kurz deinen Bogen her schmeißen? Loggen ist eins Naja, komm hier tauschen Oder willst du ja noch aufwerten, oder was? Achso Ne, ne, da hab ich ja kein Schwert mehr, ist ja duf Ja Warte, haben wir doch Was haben wir gespawnt? Warte, haben wir doch Diamanten? Ne, ne? Gar keine mehr Hab ich jetzt alle verbraucht Ohhhh Ähm, Moment mal Ähm Ich brauch doch Die müssen beide vom Level her gleich sein, ne? Ähm, ja Ja Eh, Moment Ach ne, da kommt wieder ein Power-2-Bogen raus Ähm Ja, dann machen wir das hier Wo haben wir den Gravel? Ach da Okay Gravel Ja, wie krieg ich denn jetzt am schnellsten Power-2 drauf? Zombie, ja, ja Auf den zweiten Hmm Entweder hochentstanden Oder Halt reparieren Pixel, komm mal kurz zu mir Kannst du mal kurz kommen? Pixel? Du hast, äh Ja, ich mein dich Tim, du bist ja hier Wettzone-Experte, oder? Ne Na doch, du kennst dich mit Wettzone aus Okay Komm her jetzt Siehst du mich? Ne, hier hinten bin ich hier Den Gang runter Den Fallengang Jo Kommst du aber auch nicht, stehst da rum, ne? Du musst mal gucken, ob das geht so Guck mal her Ich bin hier Ja, ja So ist das halt Den holen wir nochmal kurz Hier, pass auf Mal hoch 15 Minuten rum Wenn ich gegen den Stein, wo du jetzt stehst, einen Stein drauf setze Ja? Hier Und den von hier aus mit dem Knopf dran mache Dann kann ich mir die Knopf, die auch die Wettzoneleitung anschließen, oder? Ja Gut Ich mach jetzt mal erstmal hier oben, muss jetzt natürlich Ja, ich probier's schon mal aus, ohne Gravel drauf zu tun, dann müssen Würde ich sagen Dann sind wir in den Steinen ja gleich weggeschoben Achso, wir haben keine Steinballs Ne Deswegen Nur einfache Falle Musst du halt am besten einen Schalter nehmen und den anderen wieder ausmachen, ne? Den Knopf wollte ich machen, oder? Ja, dauerte länger Aber kannst du auch machen Ja